Wir müssen diese riesigen Segel jetzt gleich aufbauen und die werden uns wahrscheinlich gleich um die Ohren fliegen, wenn du ja doof rumstehst und interviewst. Wir sind unsere zwei Schauspielerinnen für den nächsten Dreh am Pool und die werden gerade vom Stylisten beraten, was sie dann nachher anziehen sollen und wir machen uns gerade Gedanken, ob Haare offen oder zu. Ich kann mich nicht entscheiden. Wir richten uns gerade ein und ich hoffe, der Wind wird ein bisschen weniger, sonst habe ich ein Haarproblem. Wir haben schon einen Haarknödel bekommen, damit die Haare nicht ins Gesicht wehen und jetzt geht's gleich los. Wir hoffen, dass wir relativ schnell gut überzeugen, relativ schnell wieder Feierabend haben. Wir haben noch ein paar Jahre, die Haare nicht mehr so gut sind. Wir haben noch ein paar Jahre, die Haare nicht mehr so gut sind. Die Haare ist super. Ja. Aber wir haben noch eine Haare nicht mehr. Wir haben noch eine Haare nicht mehr. Es ist ein Traumjob. Auf einer Seite muss man natürlich sehr sensibel mit dem Vertrauen umgehen, aber wenn es da ist, ist man als Maskenwölzner Schiseur eigentlich am allernächsten dran von der ganzen Tour. Was auf einer Seite eine Verantwortung ist, aber meine Hauptaufgabe ist natürlich, dass die Leute gut aussehen und gleichzeitig entspannen und sich wohlfühlen. Es gab einen Aufbruch auf der Internetseite und da haben wir uns geworfen. Und so sind wir hier zusammengekommen. Ganz unbehofft. Okay, wir machen uns wieder drehbereit. Volleyball in Aktion! Aber wie ist das Hotel? Das Hotel ist super. Hat aber auch eine HolidayCheck. Besten Bewertung. Super, ganz super. Und hinten noch ein Stückchen Käse drauf, richtig strahlen. Das Hotel ist echt super schön. Wir haben ja auch bei HolidayCheck gesucht und da hat es die Top-Bewertung. Wir machen die glücklichen Urlauber. Das ist Requisite. Das wird nicht die Progresse. Das ist die Requisite. Könnte vielleicht jemand den Kornfühler aus dem Pool holen. Hier Top-Bewertung. Ah! Sag mal! Sag mal, spinnst du? Cool, aber schön. Unser Hotel ist wirklich super. Unser Hotel ist wirklich super. Unser Hotel ist wirklich super. Quier mal!